Die Musik fand ich ziemlich cool und diese ganze Bühnenarchitektur fand ich toll. Die Bilder, die so gezeigt wurden, die fand ich richtig, richtig gut. Bei der Handlung, da verdaue ich noch ein bisschen. Ich fand eigentlich alles ziemlich toll, vor allem, weil ich nicht so oft in die Oper gehe und positiv überrascht war. Großartiges Klangraum- und Bilderlebnis. Also gerade das Bühnenbild fand ich ganz grandios. Mir hat auch gefallen, dass es so modern war. Ich gehe auch nicht oft in die Oper, aber es hat mich total abgeholt. Das Bühnenbild fand ich sehr interessant, weil ich immer wieder so ein bisschen davon überrascht wurde, was man mit diesen Kästen machen konnte. Ich würde sagen, ich bin ein Fan. Der erste Eindruck war, dass es leichter verständlich war als erwartet. Mir hat auch das Bühnenbild gut gefallen, diese Idee mit dieser Slideshow, so 70er Jahre mäßig. Interessant und mal was Neues. Die Geschichte insgesamt fand ich gut gelöst, nur das Ende war mir zu lang. Ich habe nicht so viele Oper, aber es war das beste, was ich gesehen habe. Ich denke, die Geschichte, die es erzählt wurde, und die Art, die es erzählt wurde, war unglaublich. Wir haben jetzt noch Herzklopfen. Wir haben jetzt noch unsere Pfehlung! Vielen Dank.